Heute schreiben wir einen Test. Ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet. Ist der Test schwer, Herr Kunze? Ich habe ihn extra schwer gemacht. Warum haben Sie ihn nicht extra einfach gemacht? Weil ich dann keinen Spaß habe. Eure Zeit läuft. Okay, ich gehe kurz auf Toilette. Kommt ja nicht auf, die Idee zu betrügen. Psst, Amir. Ja, Lisa. Kann ich von dir abschreiben? Okay, aber ich will dafür 10 Euro. Hier, bitteschön. Und jetzt her mit den Lösungen. Na klar, da sind sie. Ein paar Tage später. Ich habe eure Tests korrigiert. Lisa, du bist eine pure Enttäuschung. Du hast eine 6. Was? Das kann nicht sein. Ich habe von Amir abgeschrieben. Ich habe ihm sogar 10 Euro gegeben. Amir hat auch eine 6. Ich dachte, du kennst die Lösungen. Nein, aber das Geld behalte ich trotzdem. Nein, aber das Geld behalte ich trotzdem.